Ich passe nirgendwo rein. Zu iranisch für Amerika, zu amerikanisch für den Iran. Ich konnte nur überleben, indem ich meinen Glauben keinen Regeln unterwarf. Nettes kulturelles Statement. Offensichtlich hatte ich Probleme mit der Kultur. Wen wundert's? Besser sich, du Kiel. Was sagt sie? Ich bin schwanger. Die kannst du nur so verantwortungslos sein. Das ist die Beziehung von meiner Mutter und mir in Kurzfassung. Sie ist die Königin der Sturheit, was ich noch perfektionieren werde. Leila? Leila, hi, wie geht's? Offensichtlich besser als dir. Du musst die Wut loslassen. Ich versuch es. Ich geb nicht nur meiner Mutter die Schuld. Ich glaub an dich. Aber es ist einfacher. Was heißt auf Persisch auf Wiedersehen? Rafesho. Rafesho, Leute. Rafesho. Wir sind die typische amerikanische Familie. Glaubt mir, echt. Geist. Erlaczego. Oh. Oh. Okay. Wenn du denkst her.